Herzlich Willkommen zu Mind & Magic Clash of Heroes, dem Spiel der Spiele, die wir spielen, weil wir sie spielen wollen. Halt, niemand darf Burg Klauenwacht betreten. Ich heiße Ignatus Donnerklinge, der Imperator erwartet mich. Ah, Herr Ritter tretet ein, mit Verlaub. Ausgezeichnete Leistung beim Turnier heute. Ich hab ihm alles bei ihm gebracht, was er weiß. Auf jeden Fall. Und dann wird er selbst noch auf die Probe gestellt. Oh, keine Ahnung. Willkommen junger Ritter, Sire. Männer wie ihr werden entscheidet für unseren Sieg, für den Sieg über die Elfen in diesem Krieg sein. Baron Kailai, mein treuer Ratgeber, berichtet mir von einer großen Elfen-Offensive an unseren Grenzen. Baron Kailai, sagt ihr? Der Baron füllt die Lücke, die Edric hinterlassen hat. Er ist ein Freund, aber er verflucht seinen Namen. Zuerst konnte ich seinen Verrat nicht glauben, aber Baron Kailai hat mich vom Gegenteil überzeugt. Da wir gerade vom Baron sprechen, ich möge euch eine Aufgabe anvertrauen, Ritter Donnerklinge. Die Krone des Königs ist ein mächtiges Artefakt. Ich will sie Baron Kailai für seine unermüdliche Arbeit schenken. Bitte überbringt ihm in meinem Namen den gesegneten Helm. Das werde ich, Sire, aber... Ja, Ritter Donnerklinge, ihr habt was zu sagen. Nein, Sire, mit eurer Erlaubnis mache ich mich sofort auf den Weg zu Baron Kailai's Feste. Ausgezeichnet, seine Feste liegt im Osten. Möge Elra euch auf der Reise lächeln. Osten. Dann auf nach Osten. Was ist passiert, Godric? Was habt ihr erfahren? Und was haltet ihr unter dem Arm? Ein Geschenk? Schlau, mich unter den Waffen da mit dem normalen Namen einzusprechen. Der Imperator ist eine Marionette und Baron Kailai zieht die Fäden. Ich soll ihm das hier bringen. Und werdet ihr? Ich behalte das Artefakt, bis der Imperator einen würdigen Besitz, einen würdigeren Besitzer findet. Aber Baron Kailai wird etwas anderes bekommen. Zum Beispiel eine Faust auf die Nase. Godric tut alles, damit ihr gegen Kailai bestehen könnt, bevor ihr euch in seine Feste wagt. Königskrone, das Rufen von Verstärkung kostet keinen Zug. Like. I like that. Das Rufen von Verstärkung kostet keinen Zug. Ach, das hatte ich hier. Phönix-Feder. Fusionsangriff war ein Zus... Ja gut. Nach dem Tod. Aber das ist cool. Ich mach einfach so keinen Zug, um Verstärkung zu rufen. Das ist Premium. Lauf. Shake. Und hier kann ich mir Engel kaufen. Hallo. Kailai dies, Kailai das. Warum tut dieser zweiklassige Speichellecker plötzlich so wichtig? Er ist ein Betrüger und ein Schwindler und ein Dieb. Und er parkt sein Gespann, wo er will. Okay. Gold nehme ich mit. Warum auch immer hier mitten auf dem Platz eine Kiste mit allem möglichen Zeug liegt. Hallo. Ich weiß nicht warum, aber Kailai hat sehr darauf gedrungen, dass ich diese Statue bewache. Also zieh dich entweder zurück oder spüre meinen Zorn. Gegen den Wächter kämpfen. Ja klar. Wenn Kailai was gegen ihn will. Der hat ein dickes Schwert, der Typ. Ritter Randy. Ritter Randy. Hey Randy, wassup? Und ich darf anfangen. Dann fangen wir doch mal an, würde ich sagen. Und zwar damit. Damit machen wir weiter. Aber ernsthaft, das ermöglicht mir gerade neue Strategien. Das Rufen von Verbündeten kostet keinen Zug. Spieleanzug. Spieleanzug. Also sprich, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ey yo. Ich mag das gerade. Warum kommt keine Musik? Ist so ruhig hier. Da könnt ihr ja gar nicht meine Stimme überhören, wenn keine Musik läuft. Ist ja schade. Zack. 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 Da mache ich so. Dann mache ich einmal so. Hole mir dann gratis neue Einheiten. Die ich auch sofort kombinieren kann. Ach ne, hier kommt er jetzt durch. Aber nicht weit genug. Ja gut, ne. Den mache ich weg. Die packe ich da hin. Er macht jetzt wahrscheinlich seinen Ritter. Au. Junge, das tat jetzt ein bisschen weh, ja? Pass das nächste Mal ein bisschen besser auf. Ach, immer diese Rowdies, ey. Den da, den da und den da. Dann so. Ach, ich hätte ja auch den da wegmachen können noch. Ah. Also man muss ja nicht immer alles perfekt machen. Aber das wäre dann ja schon ein Vorteil. Oh, verdammt. Ich habe jetzt zwar meine Fähigkeit, aber ich glaube, ich warte damit noch eine Runde. Putz. Zack. 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 Dann werde ich jetzt meine Fähigkeit benutzen. Den da wegmachen. Dann. 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 Alles aufräumen hier anscheinend. Dann mache ich den hier fertig. Ich habe noch drei Züge übrig. Dann so, dann den weg, dann so. Und dann bin ich gut aufgestellt, würde ich sagen. Dann mache ich den weg, den da hin und den da hin. Dann mache ich den weg. Dann mache ich den weg, dann mache ich den weg. Habe ich gerade verloren? Einmal versuchen wir den noch. Und dann ist der Part auch zu Ende. Und ich habe seinen riesigen Ritter noch gar nicht gesehen. Zack. 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 so 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 dann habe ich vergessen dass ich die hier machen wollte spieler am zog eins zwei ok hier kann ich jetzt keinen entfernen ja gut das lief jetzt nicht so ganz nach plan aber dann eben im nächsten zug da ist der riesige ritter da ist ja der ritter und der kann den sogar beschwören ich glaube ich kotze gleich bitte warte noch damit vielleicht können wir das ja friedlich regeln oder so wer weiß ich möchte es auf jeden Fall nicht mit so großen Schwertern regeln ich meine das Schwert ist ja größer als er selbst und wenn ich Pech habe kriegt er das sogar nächste Runde hin den zu bespüren ähm so und so und habe ich Pech Nein habe ich tatsächlich nicht dann sag deinem Ritter mal auf Wiedersehen Tschüss ok ich glaube die Runde läuft jetzt ein bisschen besser als die davor und diese Stille irritiert mich immer noch ein wenig ich weiß nicht mal ob das so gewollt ist oder einfach nur ein Bug ist so und so Und gewonnen. Düm, düm. Düm. Und Level 8. Und meine Einheiten können ja nicht mehr leveln. Aber ich habe 12 HP hinzu bekommen. 12 HP ist gut. Ich liebe 12 HP. Du hast erhalten. Okay. What the fuck? Aha. Und das sollte Carly, das sollte er von Carly bewachen. Holy shit. Was ist denn hier drin? Geld. Was ist denn hier drin? Heilige Klinge. Gib jedem Angriff eine 20%ige Chance, einen entscheidenden Treffer zu erzielen. Was heißt ein entscheidender Treffer? Nee. Hallo, Bro. Du bist ganz schön teuer. Schwertmeister. Ich nehme die Einheit dann gleich mal auf. Das ist gerade ein bisschen, ein bisschen gut. Aber ich habe ja gesagt, das machen wir im nächsten Part alles. Daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich fand es recht amüsant. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao. Vielen Dank.